servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen video ich wollte euch eigentlich nur schnell eine nachricht überbringen und zwar ich komme gerade von der arbeit ich habe gerade mein stream setup aufgesetzt dass ich nachher auch schön streamen kann um 19 uhr und was passiert ich lese hier nebenher einfach mal dass eine riesen bahnwelle gegen bots unternommen wurde und es gibt für uns goldmacher doch nichts schöneres zu hören als dass die bots raus sind beziehungsweise ich weiß ja nicht ob alle raus sind aber sehr viele anscheinend und wir sprechen hier nicht von hunderten von bots sondern von tausenden das heißt also leute haltet euch bereit daran können wir natürlich schön gold machen vielleicht werden die preise überall steigen vielleicht nur auf ein paar servern je nachdem wo die leute geboten hat das weiß ich nicht ich weiß nur dass auf den großen server ziemlich wahrscheinlich einige bots gewesen sind weil einfach die tendenz auch höhe ist dass da was ging für die leute und deswegen freue ich mich riesig dass dort auf dem server wo ich zum beispiel auch spiel auf platten sicherlich die preise ordentlich nach oben gehen werden 100 prozent kann uns die sagen ich wollte euch eigentlich nur die nachricht überbringen dass diese bots raus sind sie vermiesen einfach nur jedem das spiel natürlich kann man sich streiten über die preise etc aber ich finde es einfach geil dass sie weg sind und wollt ihr das mit euch teilen sagt mir einfach unter dem video wie ihr das findet es soll wie gesagt nur ein schnelles video sein für die leute die es noch nicht mitgekriegt haben es ist offiziell im blizzard forum bestätigt worden man liest auf mehreren seiten im internet schon dass die leute sich beklagen dass sie gekickt wurden nichts geileres gibt es bin echt froh drum und ja hoffe jetzt natürlich dass ihr richtig viel gold damit macht und ich hoffe auch dass es mein geschäft ein bisschen nach vorne treibt ja danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal wenn ich wieder mehr infos für euch habe haut rein ciao